Wir haben die Welt geteilt und wir haben uns selbst geteilt. Wir haben uns selbst zu Bruchstücken gemacht, die zueinander in Opposition stehen. Und wo Teilung ist, gibt es Konflikt. Ich denke, das ist ein grundlegendes Gesetz. Wenn das klar ist, dass der menschliche Geist die Welt geteilt hat, um seine Sicherheit zu finden, was stattdessen seine eigene Unsicherheit schafft, wenn man das erkannt hat, muss man innerlich und äußerlich diese Teilung von sich weisen. Sie müssen es bei der Wurzel packen.